So, dann auf zur Hauptquest. Aber erstmal zu ihm hier. Ah, falscher Knopf. Fälligkeiten. Oh, Waffenentwicklung. Jetzt geht's los. Wo wollte ich denn nochmal als erstes rein? No. 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 Ach ja, und? Wie machen wir ihn max? Alter, wo wollen wir noch einen? Stimmt. Ähm. Oh ja, Klauen brauchen wir nicht, ne? Der hat schon die beste Klaue, oder? Ach, die zwei Punkte. Die bleiben wir dabei. Erstmal. Aber das gebe ich hier unserer Izzy. Phantomschwerden statt Photonenklinge. Ich brauche halt diesen Schildstoß. Okay. Oder ich mache das anders. Warte mal. Und zwar... Izzy. Okay. Ich muss den Magen desponieren. So. Gleich viel besser. So drücke ich immer den Knopf. Ähm. Merci Monsieur. Stimmt. Gibt keine, solange ich nicht mit dir rede. Na? Lorraine, ich muss unter vier Augen mit euch sprechen. Oh, selbstverständlich. Nur zu. Lorraine. Ich muss unter vier Augen mit euch sprechen. Oh, selbstverständlich. Nur zu. Lorraine. Koch, ich teste Dinge. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jemand mit der Stimme kann nur böse sein. Ja, aber... Ich bin auch mit der Kanzlerin, und ich bin auch mit der Kanzlerin. Ich bin sicher, dass ich mit der Kanzlerin mit der Kanzlerin verletzeugehe. Ich bin sicher, dass ich mich nicht so schlecht bin. Wie geht es dir? Ich bin... Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr überraschte. Ich bin nicht mehr überraschend. Auf in den Süden. Oh ne, ich muss wieder ne Schatztruhe plündern. Lorraine, wie war's? Wie war's? ... 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 25er. Wir waren halt da. Und dann kann ich die nicht umzählen oder so. Der Wildbahnreiter, würde ich sagen, der geht bis hier hin. Ne, der Wildbahnreiter, ach nee, wir können nicht außen rum. Der Wildbahnreiter bleibt jetzt mal hier. Und kann dann ganz gemütlich von hinten bauen. Und dann geht's. Das war's für mich. Das war's für mich. Okay. Alle auf den Sonnenreiter. Oh, das ist der falsche. Oh, das ist das. Allora aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein guter Weg. Das war's für heute. Wir werden euch auch unterbauen. Hey, wir werden uns zusammenarbeiten. Wenn die Reise ist, dann kann ich das mal. Ich bin egal. 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Kein Betäubungsschiss Järitten Kein Betäubungsschiss Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für mich. Nein? Los, Barmhut, zeig was du drauf hast. Was, 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 I had the other hand? Was, 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 I had the other hand. I was just waiting for the other hand. You bet. Hier ist es eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Muss ich machen? Natürlich kommt noch, Alter, noch mehr. Ich weiß schon, wie ich sie ausschalte. Ich weiß nicht, wie ich sie ausfüllen. Das ist gut. Dann können wir es kurz enden. Das ist das, was ich? Das ist gut. Ich bin der Fall. 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 Das war's. Das war's für heute. Wo ist das Maren? Wo ist das Maren? Puh... Greift mit dann! Gut, die sind... Das ist eine gute Entscheidung! Kann man das einzeln holen oder so? Okay... Meteoren wollen wir mal los. Hier nur die beiden holen. Die beiden darf er stecken. Die anderen beiden. Da. Okay. Okay. Das war's für mich. Das war's für heute. Ich kann mich nicht verabschieden, was ich verabschieden kann. Ich werde es tun! Was ist der Hand? Entschuldigung! Das war's für mich. Los geht's! Oh, das ist aber nicht so gut hier. Das ist aber nicht so gut hier, das ist aber nicht so gut hier, das ist aber nicht so gut hier. Das war's für mich. Wenn danach noch mehr kommt, bin ich am Arsch, ne? Na ja, noch mal ein Heilkreis. Der ist ja am höchstvollsten. Solange man mich nicht angreift, während ich heile, ne? Das ist ja am Verhalten, dass du das in der Tat einbringen. Wann nicht schubh die Waffe? Weil alle auf den auf den gleichen sind. Das ist so nervig. Habe ich nicht irgendwas mit Schillen? Muss man den Fokus auf jemand anderes tun. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Kommt hier schnell genug raus da? Nein. Wir fahren damit. Ja, schließen wir zu nur 6 Minuten. Sie waren einfach viel zu... Hat nicht, genau. Oh, nein. Die敵 hat sich zurückgezogen. Ich dachte, es gab keine Antwort. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Blü-Fox 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 Untertitelung des ZDF, 2020